Ich bin gespannt, ob das Ganze jetzt so Richtung Götterspeise gehen wird oder ob das irgendwie so eher Richtung Natürlichkeit gemacht wurde. Ich würde mir das Erste wünschen, Götterspeise, Vanille, auf jeden Fall interessante Geschmacksrichtung und ja, schauen wir mal, wir haben hier keinen Zucker. Moin Freunde und willkommen auf welcher Seite an dem Kanal für Gaming Booster Reviews, heute mit einem Just Legends Video auf diesem Kanal. Ich habe heute eine weitere Neuheit von Just Legends, die glaube ich auch im Adventskalender war als Mystery Potion. Und zwar geht es heute um den Hydration Drink Raspberry Vanilla. Ich hatte das ja schon in einem Video gesagt, dass ich mir die Sorte hier auch noch zum Testen erstmal geholt habe. Ich habe von Just Legends noch gar keinen Hydration Drink probiert, deswegen ist das für mich jetzt quasi auch mal eine neue Erfahrung, mal die Hydrations von Just Legends zu testen. Gibt es jetzt auch als ganze Dose, die ist jetzt vor ein paar Tagen rausgekommen. Ist auf jeden Fall eine geile Geschmacksrichtung, da kriege ich direkt so alte Vibes, auch wenn das mit Koffein damals war. Ja, aber von der Frankenstein Edition von Level Up, die damals ultra geil war und ich eigentlich traurig war, dass die Dose leer war und dass die wohl auch nie wiederkommen wird. Da hatten wir ja auch die Geschmacksrichtung Himbeer Vanille. Ich finde das ist auf jeden Fall sehr interessant. Ich bin gespannt, ob das Ganze jetzt so Richtung Götterspeise gehen wird oder ob das irgendwie so eher Richtung Natürlichkeit gemacht wurde. Ich würde mir das erste wünschen, Götterspeise Vanille, auf jeden Fall eine interessante Geschmacksrichtung. Und ja, schauen wir mal, wir haben hier keinen Zucker mit drin, wir haben hier logischerweise kein Koffein. Hier sind dann noch elf Vitamine drin und ja, klingt auf jeden Fall alles schon mal ganz gut. Jetzt muss es natürlich nur noch gut schmecken. Ich bin wirklich echt gespannt. Ja, wie ich schon sagte, Frankenstein war so, ich glaube meine zweite oder dritte Edition von Level Up, wo ich mir dachte, oh mein Gott, ist die einfach geil. Weil, auch wenn es heute um Just Legends geht, aber trotz allem verbindet man das dann so ein bisschen mit der Sorte. Und ich würde sagen, ich mache das Ganze jetzt mal fertig. Ich bin wirklich sehr, sehr gespannt, ob das heute schmeckt. Ja, schauen wir mal. Also erstmal machen wir jetzt hier mal so einen Geruchstest. Da riecht es auf jeden Fall schon mal ein bisschen eher Richtung Wötterspeise, finde ich. Also nicht so natürlich, sondern das hat echt schon so Dr. Edgar Vibes. So, dann machen wir das Pulver mal rein. Ich bin echt jetzt gespannt, auch natürlich, wie das mit der Pulverqualität aussieht, ob sich das Ganze dann auch gut auflöst und natürlich, wie der Geschmack heute sein wird. Ich blende hier auch nochmal so eine Übersicht ein über das Geschmacksprofil. Dann könnt ihr sehen, wie sieht das mit der Tensität und der Süße und so weiter aus. Dann habt ihr schon mal so eine ungefähre Vorstellung, wie das Ganze bewertet wird. So, sieht alles auf jeden Fall schon mal gut aufgelöst aus. Ich mache da wie immer noch kohlensäurehaltiges Wasser mit hinzu. Ihr kennt es ja, ich mag es so am liebsten. So, ich habe das Ganze jetzt noch mit kohlensäurehaltigem Wasser aufgefüllt. Und bevor wir jetzt weitermachen mit dem Geschmackstest, habe ich nochmal eine kleine Umfrage für euch. Schreibt mir in die Kommentare, seid ihr eher Team Himbeere-Vanille oder seid ihr eher Team Waldmeister-Vanille? Würde mich mal interessieren, welches Team ihr da seid. Also, wie gesagt, schreibt es mal in die Kommentare und jetzt wird probiert. Also, es riecht nicht mehr so geil wie am Anfang, aber trotzdem noch angenehm. Hat auch so eine schöne Farbe. Jetzt muss es wirklich nur noch schmecken und das finden wir jetzt raus. Also, der erste Schluck war auf jeden Fall schon mal ganz nice. Hat mich jetzt nicht enttäuscht oder so. Ich hatte im ersten Moment so ein bisschen Angst, wenn man einen Kanal kennt, weiß, dass ich mit den Performance-Boostern nicht so ganz gute Erfahrungen gemacht habe. Da war natürlich auch die eine oder andere Sorte bei, die mich wirklich überzeugt hat. Aber bei den meisten Boostern habe ich immer so gedacht, die Milchshakes sind irgendwie besser. Das war jetzt mein erster Hydration-Drink und der erste Eindruck war auf jeden Fall schon mal, ist in Ordnung. Also, kann man auf jeden Fall trinken. Ich finde die Farbe halt auch eigentlich ganz cool. Ist jetzt nicht irgendwie zu übertrieben oder so oder dass es irgendwie zu künstlich aussieht. Also, ich finde, das geht eigentlich noch... Ist von der Süße her nicht ganz so extrem, aber hat trotz allem eine angenehme Süße. Man hat auf jeden Fall einen guten Himbeer-Geschmack. Vanille nimmt man auch so ganz leicht wahr. Also, ich finde, das geht auf jeden Fall eher Richtung Götterspeise. Nicht so auf diese natürliche Richtung, sondern halt wie diese fertigen Götterspeise, wo an der Seite so Vanille ist. Und dann machst du so Klick und dann hast du die Vanille drin. Also, es geht so in die Richtung, finde ich. Aber auf jeden Fall trinkbar. Es ist jetzt nicht so, dass ich sage, die Sorte ist irgendwie eine Enttäuschung oder so. Geschmacklich auch intensiv genug. Süße auch okay. Hätte geschmacklich ruhig noch einen Ticken mehr sein können. Aber ich finde, trotz allem ist das noch genug. Und man darf es halt nicht vergessen, es ist halt ein Hydration-Drink und man darf natürlich immer keine Vergleiche ziehen. Kommt jetzt natürlich nicht an die Vibes von damals ran, aber es lässt die alten Vibes so ein bisschen aufleben und das ist ja auch schon mal was. Ja, wenn man mich jetzt fragen würde, würdest du dir die Dose davon holen, ja oder nein? Ich könnte es mir tatsächlich vorstellen, das mir als Dose zu holen, weil es halt schon eine angenehme Alternative ist. Also insgesamt auf jeden Fall eine nice Sorte und schmeckt auf jeden Fall fresh. Ja, also es erinnert mich echt an Götterspeise. Nicht so extrem und auch nicht so süß, aber so diese Vibes von Götterspeise sind auf jeden Fall da. Da kann man sich auch direkt schon vorstellen, warum sich so viele Leute die Sorte hier als Dose gewünscht haben. Weil das geschmacklich wirklich echt gut ausbalanciert ist und die Vanillenote so schön dezent dann im Abgang kommt und halt gut mit der Himbeere zusammenpasst. So beim ersten Schluck habe ich gedacht, es ist gut, aber da fehlt so ein bisschen der Pepp. Beim zweiten Mal dachte ich auch so, ja, ist okay. Jetzt beim dritten Schluck, sage ich mal, oder vierter oder fünfter Schluck, aber mein drittes Glas halt, da gefällt der mir wirklich gut. Ist nicht perfekt die Sorte. Ich finde, das hätte ruhig noch ein ganz bisschen mehr Geschmack haben können, aber es ist trotzdem auf jeden Fall wirklich eine leckere Edition. Also die kann man wirklich gut mal eben so wegsippen. Da muss ich mir echt mal überlegen, ob ich mir die mal als Dose zulege. Ich glaube, die liegen bei 29,90, die Hydration Drinks, aber ich bin mir jetzt nicht ganz sicher, aber man findet ja immer wieder eine Möglichkeit, wo man noch ein paar Prozentchen einsparen kann. Deswegen, ja, passt auf jeden Fall die Sorte. Also ich würde das Ganze hier mit vier von fünf drei Zacken bewerten oder eine acht von zehn. Geschmacklich auf jeden Fall überzeugend. Ist auf jeden Fall eine gute Alternative. Ich würde es cool finden, wenn sie das vielleicht auch noch als Koffein-Variante machen würden, damit man so eine Wahl hat, entweder Koffein oder kein Koffein. So ist es aber ein bisschen schwierig, wenn man es nur als koffeinfreie Variante macht, dass manche dann vielleicht sagen, nee, ich möchte es gerne mit Koffein. Also beides wäre auf jeden Fall eine coole Sache. Schauen wir mal, vielleicht kommt das noch in der Zukunft. Vielleicht bleibt das auch so. I don't know. We will see. Ja, wenn euch das Video gefallen hat, würde ich mich natürlich wie immer über euren Support rein. Lasst dem Video gerne einen Daumen nach oben da, schreibt mir gerne mal eure Meinung in die Kommentare und natürlich gerne meinen Kanal abonnieren, damit ich weiter wachsen kann. Und wenn ihr dann zum Abschluss noch die Glocke aktiviert, dann seid ihr immer up to date, wenn auf diesem Kanal ein neues Video erscheint. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns hoffentlich zum nächsten Video wieder. Macht's gut, haut rein, ihr wisst was jetzt kommt. Ich bin raus. Peace.